besiegt Hopfenheim mit 2 zu 1 ist jetzt Tabellendritter direkte Champions League Qualifikation und Bayern München besiegt Darmstadt knapp mit 1 zu 0 ist ja schon deutscher Meister und damit steht der erste der Absteiger die Fußball-Bundesliga und ist im nächsten Jahr zweitklassig wir warten auf Interviews ganz flach zum als monstweizend steigt jetzt jetzt Das war's für heute. 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 Das war's für heute.